man andere spielen aber gut und es ist auch nicht so also ich will nicht sagen dass das ein manko zum beispiel battlefield 3 ist oder so wo man sich seine ganzen waffen ja verschieden irgendwie anpassen kann und hast nicht gesehen und das und alles das macht auch battlefield 3 oder generell die betrifft sehr wie macht das das machen die aus dass man da sich so viel in die war individualisieren kann und alles aber bei ghost weekend ist das so dass du halt eine klare linie hast du hast deine waffe du kannst oben noch mal ein visier was was sinnvoll ist um zu ändern und so drei vier sachen noch weiter aber auch mehr nicht und da gibt es keine 5000 sachen und man muss dazu sagen ich so wie ich das jetzt bisher gesehen habe und auch von anderen leuten bisher gehört habe ist das auch kein pay to win spiel das heißt also ich kaufe mir sachen und bin dann direkt der oberpro sondern das kommt halt auch groß darauf an ob man skill hat ob man das spiel kann versteht und er ja so da oben so wer tot schlampe lach laden so dann haben wir uns eben wirklich raus getraut was war von hinten willst du mich verarschen warum kommt denn eine von hinten man 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 leute macht mich nicht schwach alter da haben wir den von 120 auf 13 runter geschossen wie geil war das denn und dann killt er uns mit hier vier schüssen das darf ja wohl nicht wahr sein das ist ja cheater cheater ich habe schon einen kleinen schwanz noch einmal raus guckt dann verpasse ich ihm ne kugel auch kommt zeig dich kleiner bastard im waiting for you baby Was ist das? Okay, sorry, dass ich im Moment gar nicht so viel labere, aber ich habe den vielleicht gesehen, dass da einer war. Kein Plan, wo der hingelaufen ist. Und nachladen. Und, ähm, ja, den habe ich jetzt gerade eben gesucht, aber nicht gefunden. Ja, komm, den holt er sich. Verdammt, ja gut, mit der Handgun kann man natürlich nicht viel machen, wenn einer so einer Waffe entgegenkommt. Wir haben eigentlich was, was das für eine Waffe war, ne, ähm, ja, ganz tolle Klasse. Ich sehe eine kleine Wichse. Komm, zeig dich nochmal. Komm, da unten links habt ihr ihn gesehen. Verdammt, eben nicht getroffen, ey. Da steht er noch. Da steht er noch. Wolle, haben wir ihn schön angehittet. Da oben nochmal gucken, ob sich da wieder einer hervorschleicht. So, jetzt probiere ich mal die gute Munition aus. Wenn er sich da nämlich einer vorschleicht, wenn der Kopf da ist, dann knall ich mir jetzt gerade die Birne weg. Wenn dann bald mal einer kommen sollte. Ich würde sagen, wir warten wirklich noch ein bisschen hier. Komm, Baby. Zeig dich. Oh, fuck, da kommt einer. Leck mich am Sack, ey. So, komm. Okay, ich muss mir selbst vertrauen. Den habe ich verzogen, aber ist egal. Hauptsache, der ist down. Oh, wow, 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 wow. Was ist denn der Hochwagen? Was ist denn der Hochwagen? Verkramt, ey. Scheiße. So, den hätten wir auch. Schade, schade, schade. Wie viel hat er noch? 2,845. Okay. Willens haben wir den einen mit der Handgang noch mitgenommen. Und sind auch fast wieder hier an unsere Tode rangekommen. Aber. Die haben schon den ersten Checkpoint leider eingenommen. Was natürlich nicht so gut ist. Und ich glaube, ich bin hier gerade in den Sackgass reingelaufen. Oh, 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 oh. Da habe ich es auch schon in den ersten gerade gesehen. Das ist natürlich hier in Zugzwang. Das ist natürlich hier in Zugzwang. Lachen wir mal weiter. Komm. Dann haben wir mal schön die Oracle-Vorlage gegeben. Oh, fuck, 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 fuck. Gut. Mein Fehler. Ich hätte auch mal nach rechts gucken sollen und nicht nur gerade aus. Ich steppe. Ja, man sollte halt nicht so einfach drauf losrushen. Gerade nicht als Sniper. Was ich auch noch ganz gut finde, man kann sich hier nicht im Weg stehen. Ich kann halt so hier durch den Lauf. Man kann zu zweit auf einer Deckung stehen. Und ja, ist halt schon ganz gut gemacht. Ich habe schon mal drüber nachgedacht, jemand. Ja, komm, da muss er jetzt gleich mal tot sein. So, nein, der ist da runter. Bleib schön hier oben. So, nein. Okay, der ist tot. Warum auch immer. Da hinten ist noch eine. Dipp, 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 dipp. Da hinten ist noch eine. Wenn wir uns den noch mal. Hier schnappen. Ähm. Hat eigentlich gehofft, dass der jetzt einer kommt. Aber dem scheint nicht so. Könnten mal ein paar mehr Leute das Orgel einsetzen, wenn wir hier haben. Kommt auch einer. Hab ich gesehen. So, komm, zeig dich. Da, Leute, da ist er. Komm. Zeig dich. Kommt noch einer. Verlängerung. Verlängerung. So, komm, komm. Ja. Lass ich euch zeigen. Kämpft nicht so lange da unten. Fuck, wo ist der jetzt hin? Wo bist du? Wo bist du? Klar, nehmau. Wo bist du? Wo bist du? Klar, nehmau. So, den hätten wir. Jawoll. Den haben wir auch. Dann laden wir jetzt doch mal nach. Sauber, sauber. Schöne Sache. Oha, da sind welche. Autsch. Autschi, Autschi. Fuck, 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 fuck. Scheiße, Dreck. Den hätte ich besser erledigen können. Hätte ich vielleicht auf die Sniper so wechseln können. Da ist die Sniper. Denn das war so, wenn wir nicht mehr hörenей. Ich flavored es schnell.